Jetzt ist auch Hubert Aiwanger ein Nazi. Der stellvertretende bayerische Ministerpräsident und Wirtschaftsminister wird von der Alpenprafta der Süddeutschen in einer Rufmordkampagne zerlegt. Es geht darum, dass man seine Existenz als Politiker und als Mensch vernichten will und so wie es jetzt ausschaut, ist die Süddeutsche mit dieser wirklich miesen, miesen Tour auf einer Bananenschale ausgerutscht und wir haben keinen Aiwanger-Skandal, sondern wir haben einen süddeutsche Skandal. Es ist ein riesiger Artikel mit fünf Autoren und einem Mitarbeiter und so viel braucht es offenbar heutzutage für eine richtige Propagandaarbeit, weil was da in der Süddeutschen Zeitung zu lesen war, das ist für mich der Geist der DDR, das ist für mich der Geist der Stasi. Das hat nichts mehr mit Journalismus zu tun, das ist der Moment, wo Journalisten zu medialen Auftragskillern werden und wo es darum geht, jemanden zu vernichten. Das ist ein Machtwerk, ein Machwerk, das von vorne bis hinten perfide ist, von vorne bis hinten voller Manipulation. Ich versuche ganz kurz das darzulegen. Worum geht es? Es geht um ein sehr unappetitliches Flugblatt, das am Gymnasium von Hubert Aiwanger im tiefsten Niederbayern vor weit über 30 Jahren aufgetaucht ist. Und die Süddeutsche Zeitung beruft sich hier nun auf anonyme Quellen, kein einziger Zeuge, der mit Namen genannt wird, die sagen, das sei von Hubert Aiwanger gewesen. Da geht es darum, dass man in den Schornsteinen von Auschwitz jemanden verbrennen möge oder die Vergnügungszone Auschwitz. Also wirklich unappetitlich, aber wie der Herr Brotkopp, der frühere SPD-Minister in Mecklenburg-Vorpommern zu Recht bemerkte, nicht antisemitisch. Ausgesprochen geschmacklos, aber man versucht hier krampfhaft da etwas antisemitisches hineinzuinterpretieren. Das ist ja bei uns immer zwingend. Daran, dass es extrem geschmacklos ist, darüber brauchen wir überhaupt nicht reden. Das Ganze ist aber 35 Jahre her und die Süddeutsche hat keinen einzigen Zeugen, den sie namentlich nennen kann. Mehr noch, sie verwickelt sich in Widersprüche. Fünf Autoren, ein Mitarbeiter und die sind zu dumm, um Widersprüche zu entdecken, weil es zum einen heißt, man habe Indizien, dass er das gewesen sei, weil man bei ihm Kopien dieses Flugplatzes in der Schultasche entdeckt habe. Dann hieß es aber gleichzeitig, er habe das damals schon zugegeben. Also das widerspricht sich, das beißt sich. Entweder er hat es zugegeben damals, dann hätte man ihn nicht anhand von Indizien überführen müssen. Also entweder oder. Aber beim Rufmord, da kommt es auf solche Kleinigkeiten nicht an. Das habe ich ja selber schon erlebt bei der Süddeutschen Zeitung. Der ganze Artikel ist ausgesprochen infam. Also ich will die ganzen Einzelheiten jetzt gar nicht aufgreifen. Es ist immer dann nur soll, wahrscheinlich und zwischen den Zeilen. Und auf einmal heißt es dann, ja kann der Söder mit einem Nazi-Bewunderer arbeiten? Also da wird überhaupt nicht logisch gearbeitet. Es geht nur darum, ins Unterbewusstsein der Leser da einen Rufmord zu fremen. Und diese angibt, dass er angeblich ein Nazi-Bewunderer gewesen sei, da sagen die nicht mal von der Süddeutschen, ob das jetzt einer dieser angeblichen Zeugen gesagt hat oder ob sie das sagen. Also es ist die gleiche Machart, die immer gemacht wird. Es ist wirklich ein schmutziges Rufmordblatt geworden. Inzwischen meine frühere Lieblingszeitung. Und jetzt mal ganz ehrlich, so unappetitlich dieses Blatt auch immer war. Das sagt auch der Brotkopf, der frühere SPD-Minister. Das ist 35 Jahre her. Und der Mann war damals, wenn er es gewesen wäre, aber dazu kommen wir gleich nochmal, war er 17 oder 16 Jahre alt. Und der Joschka Fischer hat viel älter schon, hat der Steine auf Polizisten geworfen. Also in einer Demokratie, wo bei uns ständig nur die Rede ist von Resozialisierung, wo man mit Vergewaltigung von Minderjährigen für Kinderschänderei Bewährungsstrafen bekommt, da wird dann bei einem Politiker etwas gesucht. In der Vergangenheit, da gibt es bei anderen, ich will gar keinen Namen nennen, Pädophilie-Befürwortungsvorwürfe, das spielt alles keine Rolle, solange die links und rot-grün sind, dann dürfen die alles gemacht haben, auch Steine auf Polizisten werfen. Aber wehe, wehe, es ist jemand wie der Aiwanger. Was steckt dahinter? Die Freien Wähler haben stark steigende Umfragewerte. Die sind gefährlich sozusagen für die ganzen Rot-Grünen. Die Freien Wähler konnten ja bisher auch nicht so stigmatisiert werden wie die AfD, wo das ja sehr erfolgreich geschieht und da hat man Angst. Und das ist sozusagen eine Wahlkampfhilfe für den Markus Söder. Und ganz ehrlich, so wie ich den Markus Söder kenne, würde ich nicht die Hand ins Feuer legen dafür, dass er da nicht seine Finger im Spiel hat. Zumal das für ihn dann natürlich auch eine wunderbare Gelegenheit sein könnte, dann in eine Koalition mit den Grünen zu wechseln. Und er ist doch, sind wir uns ehrlich, der Herr Söder war immer opportunistisch und jetzt ist er, weil alles rot-grün ist, ist er rot-grün opportunistisch. Aber heutzutage, ja, das ist leider so und für ihn kann das ziemlich willkommen gekommen sein. Zufälle gibt es, die gibt es gar nicht. Aber jetzt geht es noch weiter. Am Samstagabend kam nun die Mitteilung von Aiwanger, dass das er nicht war, dass das sein Bruder war. Und damit ist auch eine inzwischen neue Erkenntnis angebliche, der Süddeutschen ist damit in der Luft zerflettert, weil die sagte, das war die gleiche Schreibmaschine, mit der der Aiwanger seine Facharbeit geschrieben hat. Naja, wenn es im Hause Aiwanger war, dann war das eben so. Aber das sind nochmal, das sind Methoden wie beim Stasi und wie beim KGB. Man sucht etwas vor 35 Jahren, wenn man sich politisch nicht auseinandersetzen kann. Das ist Zersetzung. Das ist der Geist der DDR. Gelernte DDR-Bürger erkennen das sofort. Im Westen sind leider immer noch viele zu naiv. Das sind die Methoden aus autoritären, totalitären Systemen. Und selbst der Brotkopf der SPD-Mann sagt das. Selbst wenn es so gewesen wäre, wenn es Aiwanger gewesen wäre, dann war das vor 35 Jahren, dann müsste man eigentlich stolz sein. Oder sagen, wunderbare Demokratie, wenn Leute, die als Jugendliche solche schlimmen Scherze machten, wenn die inzwischen in der Demokratie angekommen sind. Aber die wirklich totalitären sind hier diejenigen in der Süddeutschen und diejenigen, die jetzt wegen dieser Sache hier einen Riesenskandal machen, die den Rücktritt von Aiwanger fordern. Und auch Söder hat sich natürlich schon hingestellt, hat gesagt, das muss aufgeklärt werden. Und wenn es jetzt tatsächlich der Bruder war, dann ist es ein Riesengau für die Süddeutsche. Dann sind die bis an die Knochen lamiert. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, man kann auch den Verdacht nicht von der Hand weisen, dass der Aiwanger das jetzt sozusagen familienintern geklärt hat. Dass es beide waren, man weiß es nicht. Und ich finde es auch schwach von Aiwanger. In meinen Augen hätte er sich einfach mal, dass mal ein Konservativer das Rückgrat hat, sich hinzustellen und zu sagen hat, selbst wenn ich es gewesen wäre, ich verurteile das, das ist schrecklich, aber selbst wenn ich es gewesen wäre, wäre es eine Jugendsünde. Und bei Joschka Fischer und bei den ganzen Rotgrünen verzeiht man das. Und da darf nicht mit zweierlei Maß gemessen werden. Aber dazu machen die viel zu sehr Männchen. Das ist eigentlich schade bei Hubert Aiwanger. Genauso wie bei der Impfgeschichte. Da hat er auch gute Ansätze gehabt und ist dann eingeknickt. Und er knickt einfach bei sehr, sehr vielem ein. Und auch jetzt ist es wieder. Also so eine, ja, ist irgendwie für mich hat es, also auf Spanisch würde man wahrscheinlich sagen, ihm fehlen, ja ich sage es jetzt nicht, was ihm fehlt, das was viele zum Frühstück essen, aber ja, ein bisschen, so ein kleiner Nebengeschmack bleibt. Aber die große Sauerei ist für mich in dieser Hinsicht wirklich das, was die Süddeutsche gemacht hat. Das ist eine Schande und Kollegen, ihr solltet euch schämen. Und der Verlagsleiter Stefan Hilscher, das war derjenige, der mich ausgebildet hat, einst mit ausgebildet hat bei der Augsburger Allgemeinen und da ist der jetzt dafür verantwortlich. Das ist eine Schande. Herr Hilscher, Sie antworten nicht auf meine Briefe, ich hatte ihn mal geschrieben, aber ich finde es eine Schande, was aus dem Haus geworden ist, das Sie als Geschäftsführer hier führen. Gut, aber es muss jeder mit seinem eigenen Gewissen vereinbaren. Danke fürs Zuschauen, danke für ein Like, danke für jeden Kommentar, der die Algorithmen auf Trab bringt und ich bin, wie man hier schon sieht, gerade unterwegs auf Reise, vielleicht ein paar Worte dazu im Backstage, aber nur ganz kurz, alles Gute, danke, ciao. Also etwas Wichtiges habe ich jetzt doch noch vergessen und weil ich unterwegs bin, ganz kurz, ohne das Licht nochmal aufzubauen und ohne Stativ nochmal aufzubauen. Die ARD hat das sogar in der Tagesschau aufgegriffen und obwohl man da schon wusste, dass der Aiwanger Bruder das auf sich genommen hat, hat man genau das Narrativ belassen. Das ist also eine Meldung in den Hauptnachrichten im Land und das zeigt, woher der Wind weht und dass es hier um eine Kampagne geht, für wie dumm halten die die Zuschauer, aber leider fallen ja leider doch genügend darauf rein. Also wirklich unfassbar, dieser ARD-Tagesschau-Bericht-Framing in Reinform-DDR-Zersetzung wie in der schlechten alten Zeit. Aber jetzt bin ich wirklich weg, bis auf das Backstage. Wie man an meinem Hemd wahrscheinlich erkennen kann, ist mein Koffer doch noch rechtzeitig angekommen. In Zürich, in Schweiz funktioniert das doch noch halbwegs, im Gegensatz zu anderen Ländern. Und ich bin jetzt weiter gereist, bin heute in Wetzlar, wo es ein größeres Treffen gab, sehr spannend. Und ich bin ja lange nicht mehr mit der Deutschen Bahn gefahren und ich bin wirklich aufs Neue beeindruckt. Also man weiß es ja, man kann niemanden mehr heute überraschen, wenn man sagt, was das für ein Chaos ist. Aber nicht mal so sehr das Chaos hat mich überrascht, sondern die Lethargie, die Gleichgültigkeit, mit der das heute inzwischen hingenommen wird, dieses Chaos. Und ganz, ganz viel, wo ich mich wirklich denke, wo ich mich wirklich fühle, wie im Sozialismus. Das geht bis hin zum Hotel, aber das wäre mal etwas für eine eigene Geschichte oder viele, viele Dinge. Also ich habe den Eindruck, dass wir uns so mit leisen, leisen Schritten Richtung DDR bewegen. Und die gelernten DDR-Bürger oder auch die Osteuropäer, die fühlen das, die im Westen haben sehr viele eben nicht die Antennen dafür. Aber jetzt habe ich euch vollgequatscht. Alles Gute, wir sehen uns bald wieder. Ich hoffe ab morgen oder dann danach wieder in gewohnter Umgebung, wenn ich dann im September wieder in Polen bin, aber auch dazu bald mehr. Alles Gute, danke fürs Reinschauen. Tschau. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein neues Buch ist raus, Endlich mit Aktien Geld verdienen. Ich bin Max Otte, seit 40 Jahren an der Börse, manage 6 Fonds und habe hier mein gesammeltes Börsenwissen niedergelegt. Auf der Webseite zum Buch www.endlich-mit-aktien-geld-verdienen.de also endlich-mit-aktien-geld-verdienen.de gibt es viel Zusatzmaterial, wenn Sie sich registrieren. Da können Sie dann auch viele Beispiele durcharbeiten. Schauen Sie rein, freuen Sie sich aufs Buch. Ich freue mich auf Sie. Die Beispiele Das war's.